Der vierte Advent steht vor der Tür und auch in Ungarn fiebert man bereits darauf zu, das vierte Licht anzuzünden. Doch in Dior Stjö war man schon etwas voreiliger. Hier hat man den größten Adventskranz des Landes gefeiert und tatsächlich bereits vier Feuer angezündet. Doch es handelt sich nicht um irgendeinen Adventskranz. Es ist eine ganze Burg. Die Dior Stjö war. Von oben und mit viel Fantasie ist es doch wahrhaftig ein wirklich großer Adventskranz, oder?